Jetzt zählt es! Der DAX hat in etwa das gemacht, was wir gestern angedeutet haben, nämlich dieses ABC nach unten. Das sieht schon mal ganz hübsch aus, aber er hat damit mit dem Index hier zumindest, so sieht das hier aktuell aus, auch eine nicht unbedeutende Marke erreicht, nämlich dieses hoch hier. Und wenn man ganz genau hinguckt, dann sieht man schon, naja, ganz leicht überschnitten hat er. Wir dürfen nicht vergessen, er darf hier überschneiden, es darf ein Leading Diagonal sein. Es ist halt nur nicht ganz so typisch. Also viel mehr möchte ich jetzt hier eigentlich auch nach unten gar nicht sehen. Das würde tatsächlich das bullische Bild beschädigen. Wenn wir hier eine deutliche Überschneidung haben, ist das immer nicht ein gutes Zeichen für die Haupttrendrichtung. Da ist es besser. Je weniger Kursüberschneidungen es gibt, je weniger Überlappungen sozusagen im Kurs es gibt, desto besser ist das Ganze. Noch also alles safe, noch sieht das ganz gut aus, so wie wir hier ABC, ach komm, zwar nehmen wir es doch hier in dem kürzeren Chart hier, wie wir hier eine ABC haben, hier jetzt eine ABC sozusagen. Das sind typisch korrektive Verhaltensmuster. Jetzt hier nochmal eine fünfte Welle nach oben wäre klasse, denn das wäre das klassische Haupttrendrichtungsverhaltensmuster, wie wir das ja auch im Großen hatten. Hier nochmal hier nach dem Corona-Crash hatten wir das, dann war hier eine Pause, das, dann war hier eine Pause und dann noch hier der Nachklang. Dann hatten wir diese fünf Wellen rum, dann ging es hier jetzt nach unten weg und anschließend jetzt hier wieder in dem nächsten Arm nach oben, also in der vermutlich dritten Welle zumindest mal, wenn es tatsächlich so weiter nach oben geht. Und dafür spricht ja im Moment zumindest mal noch einiges aus meiner Sicht noch immer das favorisiertere Bild gegenüber dieser sehr starken Abwärtsrichtung, die nicht vom Tisch ist, aber wie gesagt nicht mein favorisiertes Bild im Moment ist. Allerdings vorläufig nochmal nach unten würde immer wahrscheinlicher, wenn wir hier durchgehen. Also haltet diese Marke für euch als kürzerfristige. Wer jetzt längerfristig drin ist und sagt, naja, mich interessiert das ja gar nicht so sehr, ob der jetzt 100 oder 200 oder 500 Punkte tiefer ist, das ändert jetzt mein großes Bild nicht richtig. Also bis zu diesem Maß ist das bullische Bild nach wie vor auch gültig, auch trotz alledem, also auch noch bis hier. Dann hätten wir im großen Bild die gleiche Überschneidung, die ich hier angedeutet habe. Je mehr es Intraday ist, desto mehr kann man kleine Überlappungen notfalls noch verzeihen, im Sinne von, das war mal ganz kurz, hat der Markt sofort wieder zurück. Je länger es ist, je größer das Bild ist, also Tageschart oder Wochenchart oder was auch immer. Und desto mehr muss man sich die Frage stellen, warum ist denn das notwendig? Also auch hier das Bild hier Richtung grüne Marke noch nicht wirklich vom Tisch. Aber solange diese Marke gilt, gilt, ich habe es die letzten Tage immer wieder gesagt, ist erst noch mal alles safe, nur viel tiefer, dann kippt das Ganze. Wie sieht es in Amerika aus? Was sagt der Dow Jones? Der Dow Jones ebenfalls nach unten und zwar eigentlich wunderschön und mustergültig, wir hatten es ja angedeutet, Dow Jones eigentlich sehr hübsch. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ein Rücksetzer für den Dow Jones jetzt in den klassischen, typischen, in den statistisch normalen Bereich wäre super, nämlich irgendwas hier, da aber auch ein bisschen mehr sein, ein bisschen höher. Könnte das nicht jetzt schon reichen? Eigentlich nicht schön, weil dann wären wir hier voraussichtlich einwellig unterwegs. Um die Klarheit möglichst groß werden zu lassen, wäre aber auch hier so eine Dreiwelligkeit, so ein ABC, so wie wir hier ABC und dann hier das triggern. Das ist immer so eine ganz gute Geschichte. So würde ich es mir hier wünschen. Dann hätten wir hier ABC, dann wäre das der Trigger, um das nochmal nach oben zu bekommen. Ich bin also aktuell noch nicht so richtig davon überzeugt, dass der amerikanische Markt das nach oben schafft und das lässt es beim DAX noch mal ein bisschen nach Glatteis aussehen. Da bin ich noch gespannt, wie das Ganze ausgeht. Der Dow allerdings wäre so ein Rücksetzer ja noch völlig in Ordnung, darf auch tiefer gehen, muss jetzt nicht exakt so sein, wie ich es hier jetzt gezeichnet habe. Das ist jetzt nur mal so symbolisch angedeutet. Aber so der Klassiker irgendwo jetzt hier in diesen Bereich rein wäre schon herzallerliebst, insbesondere wenn es ABC oder ganz vielfach wackelnd wäre auch okay, damit wir sehen, dass das die schwache Richtung ist, also die Abwärtsseite, die schwache ist. Dann kann man Brüche auf der Oberseite als Long-Signalgeber identifizieren und sagen, hey, das, was wir vorne haben, mindestens nochmal. Und eigentlich haben wir doch gesagt, wollten wir dann richtig weiter durchstarten. Naja, wir werden es sehen. Aktuell ist diese Stärke noch nicht zu sehen. Wenn es jetzt so kommt, wie ich es in etwa gesagt habe, kann ich mir vorstellen, dass wir heute im Laufe des Nachmittags sogar noch ein bisschen aufwärts gehen. Allerdings, wie gesagt, dieser Abwärtsarm, ganz vom Tisch ist er tatsächlich nicht. Deshalb wichtig zu gucken, wo sind die starken und wo sind die schwachen Seiten. Gucken wir auf dem S&P. Ich gehe mal hier ganz bewusst hier mal auf dem 15-Minuten-Chart, auf diesem Bild. Hier seht ihr das nochmal. Das ist die starke Seite. Und dann seht ihr etwas, was dreiwellig ist. Das ist die schwache Seite. Hier seht ihr was, was dreiwellig ist. Das ist die schwache Seite. Hier seht ihr was, was mehrwellig, aber mit Kursüberschneidung ist. Ich will damit nicht andeuten, dass das immer alle super Trades sind. Gar nicht, überhaupt nicht. Aber es ist ein Zeichen dafür, dass das nicht die Haupttrendrichtung ist, sondern dass das eigentlich eher eine korrektive Richtung ist, die sich nachher nochmal auflöst in die andere Richtung. Also das ist das Thema. Also hier hätte man jetzt nicht wirklich einen Blumentopf mitgewonnen, weil dieses Teilstück viel zu kurz war im Verhältnis. Aber naja, was soll man machen? Es ist halt eben korrektiv und anmutend hier und dementsprechend keine Einladung für Käufe, sondern entweder für Verkäufe oder abwarten, bis man später nochmal long gehen kann. Also bis dato. Alles noch abwärts. Typische Abwärtszeichen. Achtet darauf, egal welchen Zeitrahmen ihr für euch als sinnvoll erachtet, ob ihr kurzfristig handelt oder etwas längerfristig. Dieses Prinzip, das gilt grundsätzlich. Das ging hier vorne im 4-Stunden-Chart, das geht auch im übergeordneten Chart und das gilt natürlich bis runter auch im Minuten-Chart, wenn man das dann unbedingt möchte. Also wir sehen, dass hier die Wende noch nicht geschaffen ist oder geschafft ist. Was wir allerdings sehen, ist, dass der Nasdaq beispielsweise jetzt auch schon ganz schön tief runtergekommen ist und da wird es jetzt langsam mal haarig, denn wir hatten ja so zwei, drei Situationen mal im Angebot. Die erste Variante war 1, 2, 3, 4, 5. Das ist aber sehr kurz. Aber jetzt sind wir schon so steil runter. Ich würde fast eher sagen, dass wir hier sowas haben wie eine ABC-Korrektur. Auch wenn mir das nicht ganz so super gefällt für dieses Ding, soweit noch alles safe. Wenn er jetzt möglichst bald, also nicht mehr ewig wartet und steil nach oben kommt und dann wackele ich nach unten, dann ist alles safe. Wackele ich, wie gesagt, kann auch ABC sein. Ich habe es ja eben jetzt gezeigt. Hier sieht man es auch noch mal. Also das ist, überlegt selber, wie viele Wellen sind das hier? Überlegt das mal, zeichnet das einfach mit dem Finger mal nach und dann zählt ihr, wie beim Haus vom Nikolaus, wie viele Dinger sind das? Und wenn das drei sind und der Kurs dann bricht dadurch, dann ist es sicherlich nicht ein Zeichen dafür, ja lange super aktuell. Ja, also das kann man typischerweise mal so grob einschätzen. Das geht natürlich umgekehrt auch, wenn er jetzt mal steil nach oben, also nicht steil nach unten und dann wackele ich hoch, sondern wenn er steil nach oben und dann wackele ich runter macht, dann gilt natürlich das Umgekehrte. Das ist so die frühe Indikation, dass man sagen kann, da traue ich mich schon wieder rein in den Markt. Jetzt sind wir hier sehr weit runtergelaufen, noch ist es safe, noch kann man sagen, naja gut, es ist zwar ganz schön tief, aber wollen wir nicht päpstlicher als der Papst sein, alles wunderbar, nur viel tiefer. Ja, wir erinnern uns, so ein Rücksetzer, eine klassische Korrektur, gerne in diesem Bereich. Da gibt es nichts zu maulen, wenn es ein bisschen tiefer ist, schimpft auch keiner. Aber wenn wir durch diese Marke stoßen, ist das kein Killer. Aber die Wahrscheinlichkeiten nehmen dramatisch ab, dass dann direkt im Anschluss das hier passiert im Sinne einer ersten, zweiten und dritten Welt. Das kann trotzdem passieren. Das ist also nicht gesagt, dass das nicht geht. Aber von wegen, da bin ich mir ganz sicher, das kann gar nicht anders. Das ist, wenn er so tief ist, insbesondere wenn er noch tiefer geht als diese dunkelrote Marke hier, die 78,6er da, die Wahrscheinlichkeit nimmt dann deutlich immer mehr ab. Ja, und dann müsste es eigentlich noch mal tiefer gehen, also noch mal Einschwung weiter nach unten. Das heißt, diese Korrektur ist dann wohl noch gar nicht abgeschlossen, sondern es geht dann eben noch tiefer. Also im Moment bin ich noch nicht so 100 Prozent überzeugt, dass wir in diesem Moment schon auf der bullischen Seite richtig veranlagt sind. Wir haben es gesehen, der DAX, der ist noch an so einer Kämpfermarke. Der Dow Jones hat diesen Arm noch mal runter, der S&P. Der geht noch einigermaßen, aber auch Nasdaq ist hier relativ weit schon fortgeschritten. Es wird noch mal spannend. Also für all diejenigen, die sagen, ach kaufen, alles Augen zu und durch. Übergeordnet, ja, ist noch nichts kaputt. Kann man durchaus sagen, kann man Dips für Käufe nutzen. Aber man muss sich dessen bewusst sein. Es ist nicht gesagt, dass es bei dieser Tiefe bleibt. Es ist ohne weiteres denkbar, dass wir hier auch noch tiefer in dieses Szenario fortschreiten hier oder vorstoßen. Beim Dow Jones ist es gegebenenfalls im doofen Fall sogar noch mal die 33.000er Marke, auch wenn das hier gar nicht so schlimm aussieht. Und beim DAX ist das ebenfalls hier noch mal tiefer, die 14.280er Marke. Also so exakt bitte nicht das Ganze werten. Es geht um die Grobrichtung jetzt hier. Das sind alles noch Marken, die noch nicht vom Tisch sind. Und wir werden sehen, was sich daraus ergibt. So, in diesem Sinne hoffe ich, dass ihr viel Erfolg habt an den Märkten. Im Moment ist es noch nicht der Burner. In keinem der Märkte sieht man das. Ich habe euch aufgezeichnet, was ihr sehen müsstet, um wieder glücklich und zufrieden zu sein. Grob gesehen so etwas in dieser Art oder von mir aus auch nur A, B, C. Immer in den Trigger denken. Und dann ist das ein spannendes Ding, um einzusteigen. In diesem Sinne euch alles Gute, ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Beitrag.